Hallo ihr süßen Puppis, ich bin Sorge, ich bin wieder live aus Berlin. Heute ist der 21. Januar 2021. Wir befinden uns im verschärften Lockdown aufgrund der Covid-19-Pandemie. Ich nehme euch heute aber mit zu einem Backstage-Bericht. Wie läuft eigentlich so eine TV-Sendung ab, wenn ich aus dem BKA-Theater live streame? Ich befinde mich gerade vor dem BKA-Theater. Warte mal, da ist das Schild. Das Theater seit neun Monaten geschlossen haben muss. Wir halten durch. Wahrscheinlich noch bis April 2021. Das ist der neueste Stand. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe hier mein Bündel gepackt, da ist mein Kofferchen. Ich warte auf die Weinhaus. Wir haben nämlich heute Paillette noch schlimmer im Programm. Mein Spin-off von Paillette geht immer. Ich klingel jetzt mal. Mal gucken, wer herangeht. Hallo? Jessica Parker. Ist doch gar nicht heute. Ja, komm, jetzt mach auf. Das war die Theaterleitung Uwe Berger. Uwe Berger hat gerade gesagt, ist heute gar nicht. Der verarscht mich immer gerne. So, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Ich muss mal kurz Licht anmachen. So, da ist Licht. Man sieht hier, das BKA-Theater normalerweise gibt es hier immer in Übersicht, was alles im Monat gespielt wird. Momentan spielen wir Livestreams, 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 Livestreams. Auch heute wieder. Ich mache auch seit einem Dreivierteljahr Livestream. Ich werde mal kurz meine Maske aufsetzen. Ich warte jetzt auf den langsamsten Fahrstuhl Berlins. Oh, er ist schon da. Er ist schon da. Guck mal hier. Hier sieht es wenigstens so aus, als ob so ein bisschen Programm ist. So ein bisschen Programm ist halt noch. Ihr Mäuse. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich starte jetzt noch meine Fernsehkarriere. Also durch diese Livestreamerei, ich habe ja meine Skills, was Fernsehen anbelangt, so verbessert. Und ich warte jetzt stündlich darauf, dass endlich mal ZDF Neo oder One oder meinetwegen auch der LBB endlich mal fragen, Jurassic, mach doch mal deine eigene Talkshow bei uns im Fernsehen. Weil damit das Programm endlich mal wieder ein bisschen unter die Gürtellinie kommt. Und dabei trotzdem anspruchsvoll und politisch bleibt. Guck mal, da ist der Svenny. Hallo. Hallo. Hast du gerade gepupst? Wir haben es ja gut geräuscht. Okay. Hallo, Bein raus. Schön, dass du da bist. Frohes Neues. Wir haben uns doch schon gesehen. Macht nichts. Macht nichts. Schaut mal hier. Schaut mal hier. Ich werde mal kurz meinen Koffer hier abstellen. Das ist übrigens ein Ozonreinigungsgerät, oder Svenny? Ozonreinigungsgerät, oder wie nennt man das? Wie sowas funktioniert, habe ich keine Ahnung. Aber schaut mal hier. Ich drehe mal um. Das hier ist unser Fernsehstudio. Da ist die Bühne. Und da sitzen normalerweise Menschen. Das kennen wir nicht mehr. Menschen kennen wir nicht. Guck mal, die steht auf der Leiter. Was machst du da gerade, Jule? Ich bin gerade noch am Lichteinrichten. Am Lichteinrichten. Gut. Weinhaus, bist du heute frech und frei für die Show? Ja, hast du nicht gesehen, was ich mit ins Internet geschleudert habe für einen Scheiß? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Wir gehen jetzt mal nach hinten. Ich nehme euch jetzt mit nach hinten. Und zwar, das wird jetzt wahnsinnig aufrecken. Schaut mal, weil nämlich jetzt kommt ihr Backstage. Backstage im BKA-Theater. Warte mal. Hier, Bühne. Da, Bühne. Und dann geht man hier so vorbei. Und dahinter ist das Backstage. Der Backstage, oder wie man auch immer sagt. Schaut mal hier. Schaut mal hier. Oh, Weinhaus. Oh Gott. Jetzt habe ich die stundenlange Tür aufgehalten. Das ist sehr süß von dir. Nee, Rente. Ziemlich doof. Weinhaus, hör auf zu fressen. Du bist schon fett genug. Ich habe so Hunger, Mutti. Ja, okay, gut. Und dann hier geht es noch weiter. Schaut mal. Hier kommt nämlich jetzt die Schaltzentrale der Macht. Hier ist nämlich das Theaterleitungs- und Intendantinnenbüro. Das ist der Uwe. Das ist mein Chef. Und der ist ganz nett eigentlich. Und dann, da sind ganz viele Ordner. Und hier sind so Dinge, wo ich nicht weiß. Da kann man sehen, wer kommt. Also wenn Gäste kommen. Wir haben ja keine Gäste. Deshalb läuft das. Seit Wochen läuft da eigentlich so eine Dauerschleife mit leeren Treppenhäusern. Das ist auch gar nicht mehr live. Sondern es ist einfach nur noch so ein Feed, der einfach im Loop läuft. Weil was soll man schon machen. Und dann gucke ich, ich muss erstmal jetzt auch kurz mal das Ding jetzt hier absetzen. Hast du mal süße, was? Ja. Siehst du jetzt schon? Ja. Und hier ist unser Schminkbereich. Schaut mal. Ist das süß gestaltet? Natürlich pandemiebedingt mit so Trennwänden. Weil wenn die Weinhaus wieder hustet und niest, dann bekomme ich das nicht ab. So, jetzt muss ich erstmal ankommen. Was hast du heute vorbereitet für mich? In der Rubrik Kochen und Lifestyle beschreiben wir neue Wege. Weil immer nur ekelhafte Cocktails auf der Bühne zusammenrühren, ist ja auch irgendwann doof. Das stimmt. Deswegen machen wir heute Blindverkostung. Ach, scheiße. Man muss ja auch beim Thema Kochen und Lifestyle vor allem bleiben. Ja. Und zu jedem Gericht, was ich dir in den Mund so flippen werde, mit Inferno mit dem Löffel, gibt es dann so einen kleinen Infoablauf noch dazu. Was es tatsächlich ist und wie toll das ist und so. Ah, einen Infoablauf. Da freue ich mich jetzt schon sehr stark, Weinhaus. Wir haben es jetzt, schaut mal hier, wir haben es jetzt sechs Minuten nach halb sieben. Das heißt, die Show beginnt um in zweieinhalb Stunden und wir müssen uns langsam schminken dann auf Weinhaus. Dann weißt du Bescheid. Bei deinem kraterigen Gesicht, da muss ja einiges rein. Was trägst du heute? Ich trage die tatsächlich mal ganz glabberös. Okay. Hier die Kontaktinfo für Trixi von heute. Ich habe heute meine gelben Bühnenschuhe. Die sind so hoch, dass ich darin nur sitzen kann. Aber deshalb trage ich die heute. Die sind auch noch nicht benutzt. Das heißt, du krabbelst auf die Bühne und wieder runter. Können wir das dann auch für die Zusehenden zeigen? Ja, gerne. Können wir dann gerne machen. Also das sind meine Bühnenschuhe. Und dann habe ich bei Essers, habe ich mir eine neue Paillette bestellt, was ich immer alle beschweren, dass ich mir das selbe Kleid anziehe. Und das ist meine neue Paillette. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die ist Platinfarben, ne? Die ist Gold, Silber, Platin, alles. Alles, ja? Und das werde ich heute tragen, bei Haus. Freue ich mich sehr. Bis gleich. Das heißt übrigens, Essuse. Die weiß halt auch gar nichts. Wir sind jetzt am Schminkspiegel. Die Weinhaus hat gerade angefangen, sich zu schminken. Weinhaus. Nee, ich bin schon fertig mit Schminken. Du bist schon fertig. Siehst toll aus. Wow. Ist das wow? Das ist eine Wow. Das ist ein Look. Das ist eine Wahrheit. Das ist ein Look. Das ist eine Wahrheit. Und ich zeige mal, hier ist eine große Dusche. Im Backstage. Ich habe da noch nie jemanden duschen sehen. Ich weiß nicht, wer das macht. Aber man kann halt hier auch gerne den Vorgang zuziehen. Und dann hier duschen. Vielleicht solltest du was nicht tun, dann würdest du nicht immer so riechen. Und dann hier hinten, hier sind drei Waschbecken. Und hier gibt es Schnaps. Listerines Schnaps gibt es hier. Da ist es so Geschirr. Und da sind noch zwei Toiletten. Einmal Herren, einmal Damen. Für Industriegeschlechter gibt es noch eine andere Toilette. Die ist draußen. Ich bin so süß, wie deine Haare hier so hängen. Das ist ganz süß. Ich bin extra eingetreten. Das hat nicht funktioniert, wie wir vorhin gesehen haben. Hat nicht funktioniert. Ich will nämlich heute aussehen wie Arnifried. Also du hast heute kein Zwischenscheitel. Nee, ich habe heute tatsächlich einen Mittelscheitel. Ich bin nur eine Mittelmaus. Du bist eine Mittelmaus. Keine Mittelmaus heute. Ja, naja gut, okay. Da seht ihr, da sind Mikrofone. An die wird man normalerweise angeschlossen. Wir haben aber bei Paillette noch schlimmer keine Mikrofone, keine Funkstrecken, sondern wir haben ja diese Podcast-Mikrofone. Seht ihr gleich nochmal, wenn wir Soundcheck machen. Das ist total aufregend. Und heute gibt es noch eine Neuerung in der technischen Ecke. Wir haben auch Raummikros, die beim Tisch hängen. Das heißt, wenn ich dann wieder aufstehe und rumlatsche und Scheiße von mir geben könnte, ist trotzdem hören. Die zeige ich euch jetzt mal, weil nämlich das Problem war und ist ja immer, dass wir halt nur diese Podcast, was heißt nur, diese Podcast-Mikros haben. Und wenn wir halt aufstehen, dann hört man uns nicht mehr im Livestream. Und deshalb hat der tolle Sveni und die tolle Jule, die haben jetzt nämlich hier, schaut mal hier, so Raummikrofone noch angebracht. Wenn wir aufstehen, dann kann man uns dann nach wie vor noch hören. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und schau mal hier, das ist unser Hintergrund. Und natürlich ist der Donny Sanders mit dabei, weil der ist ja unser neuer Strickhandschuhheld. Und jetzt zeige ich euch noch die Werkstatt. Hier ist die Werkstatt. Hier wird so handwerkliches Zeug getan. Also hier sind ganz, ganz viele Kabel. Keine Ahnung, für was sie sind. Wahrscheinlich für so Technik. Disco-Kugeln. Hier sind ganz, ganz viele Lampen und Scheinwerfer innen. Und hier wird wahrscheinlich gewichst. Man weiß es nicht genau. Kunst kostet Kraft und Haarspray. Und vielleicht möchtest du mir auf Paypal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, weil Sveni betreut mich meinen Livestream und da brauche ich jetzt mein Passwort von YouTube, damit Sveni das freischalten kann. Und der Klausi ist da. Sag mal Hallo Klausi. Das ist der Klausi. So, da ist mein Telefon. Wir gehen online in 40 Minuten. Ich habe gleich in 10 Minuten ein Skype-Probestream mit Fabian Hart. Das ist mich heute mein Skype-Talk-Gast, unser Skype-Talk-Gast. Ein ganz, ganz toller Mann. Jule, was erwartest du von heute Abend? Absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Das ist doch schon mal wirklich eine Erwartungshaltung, mit der kann ich arbeiten. Powder, Blush, Lippen, fertig. Ja, es ist 20 Uhr 30 und jetzt gehe ich nach vorne schnell, weil ich muss jetzt nämlich kurz die Skype-Probeschalte machen mit unserem Skype-Star-Gast Fabian Hart. Der Sveni hat natürlich schon alles eingerichtet. Ach, schau mal hier. Ich zeige euch das mal. Hier ist mein Laptop und da ist meine Skype-Kamera und da ist der große Screen. Man muss ein bisschen darauf achten, dass das Mikro nicht immer vor deinem Gesicht hängt. Ja. Wobei bei dir ist das nicht so das Problem. Ist jetzt eher so. Ja, genau. Mach doch mal so. So? Gut. Ja, ist gut. Oh, oh. Fabian Hart, hallo. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Hörst du mich auch? Ich höre dich auch. Du siehst fantastisch aus, Fabian. Hi. Du, pass auf. Also, die Verbindung steht sehr, sehr gut. Wir machen gleich noch den Kamera-Check. Pass auf, ich zeige euch ganz kurz. Hier sind nämlich die ganzen Kameras. Ich zeige euch die mal kurz. Da ist eine Kamera. Da ist meine Moderationskamera. Da ist eine andere Kamera. Weiß nicht, was die macht? Da ist die Moderationskamera von der Weinhaus und da ist noch so eine andere Kamera. Wir haben also fünf Kameras. Was? Hier ist auch noch einer. Ach, da ist auch noch eine. Das gibt's doch nicht. Also, wir haben sogar sechs Kameras mittlerweile. Das ist totale. Das ist totale. Schau mal, da. Und da ist das Technik-Innenpult. Schaut mal. Da ist nämlich die Schaltzentrale, der macht, da wird alles zusammengeschnitten. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Guck mal, die ganzen Kabel hier. Guckt euch das mal an. Und da, der Zwenni, der schaltet hier alles zusammen. Guck mal, so sieht das aus. Zwenni, erklär ganz kurz. Was sieht man da jetzt genau? Das sind die Vorschaubilder von allen Kanälen, die wir benutzen. Also sechs Kameras, Zuspielung von uns und deinem Rechner auf der Bühne. Ah. Vorschaubild. Also das kann ich auswählen, was ich sehen möchte. Und du schaltest alles live während des Streams, schaltest du alles zusammen, dass du mal auswählst, welche Kamera gerade gestreamt wird. Ist das aufregend, oder? Ist das aufregend? Und das ist der Stream-Programm. Ah ja. Gut. Na, dann gehe ich wieder nach vorne und wir machen jetzt mal ein bisschen... Nein. Wir machen jetzt mal kurz Kamera-Check. So, Weihnachts. Wir haben es jetzt zehn vor neun. Wir beginnen gleich die Show. Das stimmt tatsächlich. Freust du dich? Ja, sehr. Ja? Ja. Dann, wir sind sehr aufgeregt und ich habe mein neues Paillettenkleid an. Das ist sehr schön von Asos. Asos. Sie ist weißgold, ich bin bronze. Ja, ist wunderbar. Ich gebe jetzt die Kamera an. Klausi. Wollt ihr nochmal zur Kamera hier kommen in den drei Minuten? Ja. Weihnachten. Ich kann nicht schwinglich laufen. Wenn du uns auf die Fresse kriegen würdest, ich bin gut auf der Klappe. Das sind halt so Bühnenschuhe auch. So, gleich geht's los. Bein, hast du wieder zurück. Jetzt wüsste auch, warum Melania immer so einen hat, der sie an der Hand nimmt, ne? Beim Laufen. Adi, 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 adi. Hast du die Kippen dabei? Ja. Ja. So, dann. Guten Abend. Guten Abend. Mit meiner wunderbaren Tochter, Jackie O. Weinhaus und meiner verstörend schönen Mutter. Jessica Parker, hallo. Willkommen. Ja, wo ist Neujahr nochmal, nicht? Nochmal. Kann man immer sagen. Kann man immer sagen. Und ab Juli dann, frohe Weihnachten bereits. Ach ja, sehr gerne. Also Weihnachten ist ganz toll, wir sind heute am 21.01.2021 im harten Lockdown. Ist der 23. heute? Nicht, ich glaube, heute ist der 21. Sveni? Du weißt es nicht. Klaus Tölle deutet uns die 22. Das möchte ich jetzt aber auch wissen. Ich gucke mal ganz kurz in meinen Augen. Ja, schau einfach mal ganz kurz. Der 23. zum Glück. Heute ist der 23. Ich bin zwei Tage jetzt im Lockdown schon. Ich weiß gar nicht mehr, was was ist. Die Show ist vorbei, ihr süßen Mäuse. Das ist die Weinhaus. Reise. Wie war es für dich? Fantastisch natürlich. Ich hatte wieder großen Spaß mit dir. Also, die Show war toll. Ihr könnt euch die Show ansehen auf YouTube. Der Link ist dann in den Show Notes. Und folgt mir auf Facebook auf... Ja, auf Facebook vielleicht nicht mehr. Auf YouTube, auf Instagram auf jeden Fall. Und auf Studi-Fazit. Und per... Fax natürlich. Ihr süßen Mäuse. Bis dann. Bye. 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 Sharing is caring. 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 Untertitelung des ZDF, 2020